Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us 2. In der letzten Folge war ich quasi fast nicht anwesend, war die ganze Zeit nur Action schleichen, bei dem ich auch achten musste, was ich höre und Zwischensequenz war. Und ich glaube, diesmal wird es nicht anders. Also ich sage jetzt mal Hallo, dann hört ihr mich wahrscheinlich nicht mehr für die nächsten 2 Stunden, 20 Minuten eher. Schauen wir mal. Denn wir sind gerade in einer Rückblende, die finde ich echt cool ist und echt auch sehr emotional und hart und heavy. Macht schon mal, packt schon mal die Taschentücher aus und macht euch darauf bereit, ein großes Drama zu erleben. Wir sind im Krankenhaus der Fireflies, wie wir sehen können. Dort, wo Ellie untersucht wurde, vor einigen Jahren. Don, weißt du, ich habe echt gern diese ganze wertvolle Krankenhausausstattung katalogisiert und gesammelt. Und als ich fertig bin, höre ich, dass sie keiner mehr brauchen kann. Ich kann echt nicht glauben, dass ihr unsere Auflösung beschlossen habt. Ich verstehe ja, das war ein Wunder, das uns durch die Finger geglitten ist. Echt scheiße. Aber die ganze Welt ist scheiße. Wie können wir einfach so aufgeben? Was jetzt? Sollen wir in den Quarantäne-Zonen leben? Uns einer drittklassigen Widerstandsgruppe anschließen? Das kann doch nicht sein. Es muss doch noch Leute geben, die mehr wollen. Ich werde den Rest meines Lebens damit verbringen, diese Leute zu suchen. Und wenn ich dabei draufgehe, Wo wir das jetzt gefunden haben, muss ich vielleicht doch mal ganz kurz einen antiklimatischen Abstecher in die offenstehenden Räume machen, die vielleicht nicht nur zur Dekoration da sind. Ja, gut, dass wir geguckt haben. Schaut mal, mehr Notizen, mehr Hintergrundinformationen. Was ist das? Eine seltsame Anomalie in deinem Hirn. Das Wachstum ist eindeutig mutiert. Ich bin gespannt, ob die Testergebnisse unserer Theorie untermauern. Das ist ein ganz... Das ist ein ganz großes Ding. Das ist ein ganz großes Ding. Aha, also irgendwas hat sich in ihrem Hirn quasi manifestiert. Aber scheinbar irgendwie... Kaputt. Morgen um diese Zeit werden wir den Lauf der Geschichte verändert haben. Che. Ich habe einiges zurückgelassen. Das allein macht es alles so schlimm. Im ersten Teil das große Ziel und das Zentrum aller Hoffnung. Und jetzt... Alte staubige Handschuhe in Kisten. Das muss doch irgendwas sein. Warum seid ihr verschwunden? Und Joel, der Ellie, die ganzen Jahre lang angelogen hat. Ich habe ja naiverweise gedacht. Also ich meine, das wäre so... Die haben da schon viel mehr draus gemacht. Was viel Erwachseneres draus gemacht. Aber ich dachte ja, dass jetzt der zweite Teil auf eine Konfrontation zwischen Ellie und Joel rausläuft. Dass Joel der Bösewicht wird. Und letztendlich tötet man ihn am Schluss. Aber letztendlich haben sie dann doch was... Eigentlich viel Besseres draus gemacht. Aus der Story. Ich verstehe auch nicht. Es gibt anscheinend einige Joel-Fans, die Joel total toll fanden. Das kann ich echt nicht nachvollziehen nach dem ersten Teil. Wirklich nicht. Aber gut. So ist das eben mit Wahrnehmung und so. Die meisten sind schon weg. Ich weiß nicht, welcher Gruppe ich mich anschließe. Ich gehörte zu denen, die dem Schmuggler auf der Spur waren. Und dem Mädchen. Die meinten, selbst wenn wir sie finden oder wie durch ein Wunder jemand anderen, der immun ist, wäre es egal. Denn die einzige Person, die einen Impfstoff entwickeln könnte, ist tot. Oder wie durch ein Wunder jemand anderen, der immun ist, wäre es egal. Denn die einzige Person... Ali! Komm her. Was hast du dir nur gedacht? Mitten in der Nacht einfach so davon zu laufen. Sag doch was. Du hast mir nicht mal eine Nachricht hinterlassen. Sag mir... ...was hier passiert ist. Wenn du mich noch einmal anlügst, bin ich weg. Und du siehst mich nie wieder. Aber wenn du mir die Wahrheit sagst... ...gehe ich zurück nach Jackson. Egal was es ist. ... ... ... einen impfstoff zu entwickeln hätte dich getötet ich hielt sie auf oh my god ich gehe zurück aber wir sind fertig das finde ich so eine gute szene das ist genau die szene auf die ich gewartet habe seit ich den ersten teil durchgespielt habe der lässt einen so unbefriedigt zurück und hat mich so wütend gemacht wie joel auf ellie reagiert wie ihr alle wie ihr das vor lügt dass sie einfach nur dass sie einfach nur nichts mit ihr anfangen konnten dass sie doch nicht so wichtig ist und so weiter dass sie sie gehen lassen haben das hat mich irre gemacht genau auf die szene habe ich gewartet wegen der szene hat sich der zweite teil gelohnt die geschichte zwischen joel und abby wird in ellie wird in den rückblenden noch weiter erzählt warte mal das wollte ich gar nicht ich wollte mir das hier ansehen kürtische und wiper ja aber das haben sie ja noch geredet am anfang ab das hier eine metapher ist dass man so so oft hier durchgeht durch den vorhang und die bühne betritt quasi und das spiel geht weiter so ungefähr vielleicht vielleicht aber auch nicht vielleicht ist es einfach nur eine versteckte ladezeit da kommen ihre hände nicht mit mit dem spielen das ist witzig aber zumindest mit ihrer greif hand ist sie verdammt schnell Nicht schlecht. Da muss jemand bitte... Kann jemand das Video... Äh, äh, einen Clip machen? Kann jemand das Video nehmen, gerade das da? Und irgendwie Dragon Force oder irgend so ein Speed Metal will die drüberlegen. Okay, genug, genug des Gitarre-Spielens. Wartet mal, jetzt muss ich doch was versuchen. Hm... Ah, das ist schwer. Ja, selbst die einfachsten Lieder, weil die Noten hier so komisch sortiert sind. Also die sind schon sinnvoll sortiert, aber ich meine jetzt, wenn man einfach nur die vollen Noten haben will, muss man ganz schön durch die ganze Zeit. Ja, okay, egal. Trotzdem ist das Gitarre-Spielen super gut. Und... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sie muss zurück. Sie braucht Hilfe und die bekommt sie nicht, wenn... Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber ich kann Taumi nicht im Stich lassen. Er ist meinetwegen hier. Vielleicht bringst du sie zurück. Sie wird nicht ohne dich gehen. Ja. Scheiß drauf. Holen wir Taumi. Das Aquarium, das das Mädchen erwähnt hat. Tommi hat Abby noch nicht gefunden. Wir bleiben da, bis er sie hat. Und es ist okay für dich, Dina allein zu lassen? Sie will es so. Okay. Sagen wir ihr, dass wir gehen. Wir treffen uns draußen. Ja. Hi. Hey, babe. Du musst die Tür vor uns verriegeln. Okay. Los geht's. So nicht. So schon mal nicht. Okay. Hoch mit dir. Okay. Hey. Danke. Was hast du Dina erzählt? Dass wir im Aquarium nach Taumi suchen. Ich hab... nicht erzählt, dass du's wusstest. Zu das... Meinte ich nicht. Das Aquarium eine Wolf-Basis? Das glaub ich nicht. Nora meinte, dass sich Abby da versteckt. Hat sie dir erzählt, warum sie es getan haben? Ja. Äh... Ein Zerwürfnis zwischen Joel und einigen Fireflies. Jetzt Ex-Fireflies. Was für ein Zerwürfnis? Er war ein Schmuggler. Und es gab Streit wegen ein paar Waren. Ich versteh einfach... Ich versteh... Ellie einfach nicht. Ich versteh Ellie's Motivation nicht so ganz. Die ist irrational und total crazy eigentlich. Die... Nach allem, was sie weiß und nach allem, was passiert ist... Eigentlich, dass sie... Also, das macht alles keinen Sinn. Aber noch weniger Sinn macht es, dass ihr so viele Leute helfen. Er hier vor allem. Jessie. Was für eine Motivation hat der bitte eigentlich? Warum ist der hier? Das macht wirklich keinen Sinn. Tommy ist Joels Bruder. Okay. Tommy weiß auch vielleicht... Doch, der weiß es. Joel hat es ihm gesagt. Trotzdem. Okay. Sie hat so ein Vater-Tochter-Verhältnis mit Joel. Okay. Aber dass Dina mitkommt, ist schon irgendwie so ein bisschen... Naja. An den Haaren herbeigezogen. Weil... Gut, die beiden sind jetzt irgendwie ein Paar und so. Aber... Hm. Keine Ahnung. Aber dass Jessie dann noch hinterherkommt... Weil er sagt... Na, ich mochte Joel auch ein bisschen. Meinst du, wir kommen durch dieses Tagungszentrum? Ist doof. Finde ich einfach unlogisch. Aber zu dem, warum Ellie so handelt, wie sie handelt, komme ich vielleicht später in späteren Folgen noch. Meine Theorien zumindest. Lockiert? Ja. Weil da gibt es zumindest ein paar Ideen quasi. Wie man das begründen könnte. Aber so weit sind wir noch nicht. Fragst du dich manchmal, ob sie uns nach Jackson folgen werden? Was meinst du? Ich meine, wir mähen ihre Leute nieder. In ihrer Stadt? Wegen dem, was sie getan haben. Kam Abby und ihre Freunde nicht wegen Joels Tat nach Jackson? Hier ist es nicht wie in Jackson. Joel und Tommy haben Abby geholfen, als sie angegriffen wurde. Diese Leute bringen einfach nur jeden um. Sie haben sofort auf dich geschossen, oder? Ja. Stimmt wohl. Tja. Aber hier herrscht auch Krieg zwischen den Wolves und den... Scars. Muss man fairerweise sagen. So, da es wahrscheinlich gegenüber weiter geht. Ah, eine Werkbank. Auch nicht schlecht. Und eine Sammelkarte. Thermo... Wie? Nee. Thermentra. Thermentra 8080. Keine Zugehörigkeit. Echter Name. Iris Ocampo. Thermentra war früher ein freundlicher, mitfühlender Teenager und musste wegen ihrer Weichheit viel Spott ertragen. Doch alles änderte sich mit dem Ausbruch der latenten genetischen Mutation. Sie erlangte die Fähigkeit, den mentalen Schmerz anderer in kinetische Energie umzuwandeln. Je größer der Schmerz, desto kraftvoller das Ergebnis. Heute ermöglicht ihr ihre Arbeit als Kriminalpsychologin, die schlimmsten Geschehnisse im Leben anderer Menschen zu absorbieren und sie buchstäblich als Munition gegen diejenigen einzusetzen, die sie früher gequält haben. Viele verdächtigen Thermentra, sich am Schmerz derjeniger zu laben, die ihren früheren Ausbrüchen im Weg standen und so einen endlosen Kreislauf des Leids zu erschaffen. Neutrale Schurkin. Nimmt die dann den Leuten ihr psychisches Leiden weg dadurch? Weil dann ist das ja eigentlich ziemlich cool. Aber wahrscheinlich nicht. Sie ist quasi wie Stephen Kings S. Und da auch schon wieder, ne? Ist schon wieder in der Superheldenbeschreibung gerade die gleiche Leier wieder. Die gleiche Geschichte, wie sich das ganze Spiel zieht. Dass sie den Kreislauf aus Leiden verursacht durch ihr Handeln. Gerade haben die beiden auch noch drüber geredet. Es zieht sich wirklich durch das ganze Spiel, die ganze Zeit immer und immer und immer und immer wieder. Ein bisschen zu viel, finde ich. Die Botschaft ist schon in der ersten... Also ich denke mal für die meisten Leute dürfte die Botschaft in den ersten zwei Stunden des Spiels schon recht deutlich angekommen sein. Die müssen das wirklich nicht über 30 Stunden strecken. Machen sie aber. Okay. Von mir aus. Aber schon langsam wird's lächerlich. Ich finde so viel Loot, den ich nicht mitnehmen kann. Und ich könnte theoretisch so viel craften. Aber dafür habe ich wieder nicht die richtigen Zutaten. Das nervt mich. Klebeband fehlt einfach. Ich habe alles in Maßen, äh in Massen. Nur Klebeband habe ich nur in Maßen. Hierdurch. Ich muss einfach fragen. Warum hat sie mir nichts gesagt? Dass sie schwanger ist. Hör zu. Sie sagt es dir sicher, denn... Das ist für heute geplant. Alle Einheiten werden dabei sein. Wer hat dir das gesagt? Der Chef selbst. Wir sind in dieses Gebiet, warten auf die Einheit. Und dann machen wir die Scars platt. Äh, letztes Mal... Das wird nicht wie letztes Mal. Ich bin nervös. Wir sind alle nervös. Das ganze Ufer ist gesichert. Wir werden uns einfach im Wasser abknallen. Ey. Hab Vertrauen. Du klingst wie die. Tu nicht so, als hätten wir eine Wahl. Hinterhalt! Hinterhalt! Ich glaube, das kommt von da! Oh, dammit. Oh, dammit. Lauf doch, Ellie. Oh! Oh, da ist ja doch noch jemand. Die hat mich jetzt in der Wiese ganz schön hergeschossen. Verdammt nochmal. Also, kurz schauen, ob man hier was plündern kann. Eine Schrott-Flinten-Munition, finde ich gut. Ah, Tabuletten. Und ein Snack. Oh! Ich sehe sie! Lass uns! Drückt auf! Ellie! Sie nach links! Keine Scheibe bleibt heil, wenn Ellie am Start ist. Ich komme, Arschloch. Okay. Das dürfte reichen. Wirklich? Das war's? Okay, cool. Leute, dann machen wir jetzt für heute Schluss. Und beim nächsten Mal geht's genau hier an der Stelle weiter. Yeah! Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Die dringend. Ich kann das. Und dann? Vielen Dank.